Die Doppelschleifmaschine TS200 ist eine unserer Bestseller unter den Doppelschleifmaschinen. Sie ist für den Einsatz von Schleifscheiben mit Durchmessern von 200 mm ausgelegt und zeichnet sich durch einen wartungsfreien und sehr laufruhigen Drehstrommotor aus. Die stabilen und nachstellbaren Werkstückauflagen garantieren ein schwingungsfreies und sicheres Schärfen oder Schleifen von verschiedensten Werkstücken und Materialien. Optional ist die Maschine mit einem Maschinenständer mit Notausschlagtaster, einer Bremse oder einer integrierten Absaugung erhältlich. Hier haben wir eine Variante mit Maschinenständer, Notausschlagtaster, Bremse und integrierter Absaugung. Zusätzlich bieten wir eine Pro-Serie an, welche einen Motor der Klass S1 beinhaltet, mit dem ein Dauereinsatz gewährleistet werden kann. Ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit bieten wir serienmäßig durch eine seitlich geschlossene Schutzhaube und beidseitig nachstellbaren Funkenabweiser. Sollten Sie sich für die TS200 entscheiden, gewähren wir Ihnen volle 12 Monate Garantie. Alle weiteren Informationen und technischen Daten zu TS200 finden Sie auf unserer Website. Falls Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.